So, sollte man Goldmünzen zu Hause haben für Krisenzeiten oder lieber einen Goldsparvertrag? Ich glaube, Goldsparvertrag ist hier die weitaus bessere Alternative. Ja, also die Goldmünzen, wenn du die Goldmünzen schon hast, dann ist es ja schon mal eine super Basis. Und ab jetzt und forever dann eben den Goldsparvertrag. Buche jetzt direkt deinen Termin zum kostenlosen Helal-Check über den Terminkalender. Wir freuen uns auf dich. Vielen Dank.